Ok, also man macht den 3D-Effekt hier rein, und das ist hier in der zweiten Reihe in der Mitte. Dann muss man das gut halten, oder zeigt der mir auch den Pfeil? Ja, im E-Gebiet für... Ich muss quasi einmal ausruhen, und das war so normal, genau. Aber im Panorama, bitte. Ich muss ja nur ein Pfeil für die Schuhe zu unterhalten, das heißt so. Ich zeige schon. Das muss man ja immer anpassen. Und dann auch das, was ich möchte. Ich möchte nicht sagen, dass ich mich nicht mehr anziehen. Ich möchte nicht mehr anziehen, gerade pein, oder? Ich möchte nicht mehr anziehen, doch. Ich möchte nicht mehr anziehen.